Die Zeit ist gekommen, drum hört alle her. Bei Disney Cinemagic, weihnachtet es sehr. Das ist nicht der Weihnacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Viele Geschichten liegen unter dem Baum. Sie erfüllen uns den ein oder anderen Weihnachtstraum. Zauber ist es, was ich will. Ich möchte gerne ein Bär sein. Action, Liebe und Romantik, wir machen es wahr. Filme für die ganze Familie, das ist doch klar. Wir kombinieren Action mit Romantik. Jetzt haben wir unsere erste Gelegenheit, einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Drum seid gespannt, was der Weihnachtsmann bringt. Wir wünschen frohe Weihnachten, es lohnt sich bestimmt. Weihnachten wird so schön wie nie zuvor. Fröhliche Weihnachten allerseits. Weihnachten auf Disney Cinemagic.